ja hier sind zwei Gegner Luten und Devin, das muss drinnen in seinem Spiel ne hab ich nicht, ich hab ja mein Baumhaus Johnny, wo willst du denn hin? über sieben Stücke die schlagen aber bestimmt schon oh ich möchte dass die jetzt abhauen komm wir müssen ihnen helfen das sind, das sind drei Stück geil einmal untertauchen keine Ausnahme mehr warte mal, ich muss mir irgendwie Energy rein pumpen oder ich auch bevor ich dann in Tag Mode geh geil, ich hab sogar Boots achso, es hat irgendwie gar nichts gebracht ich hab irgendwas gestoppt, hat nicht funktioniert also ihr könnt eure Sachen auch verbessern ja, hab ich gerade mit der Axt gemacht also ich kann die jetzt anzünden ich hab auch eine, ich kann eine Waffe auch verbessern hab so ein Teil wir geh doch scheiß ähm, ich hatte Klamotten also du ziehst die Axt quasi in die Mitte und dann machst du da einfach Close drauf ah ok, und dann kann man die anzünden ja, genau wow, sweet! Bausparvertrag wie zünde ich die an? Feuerzeug, glaub ich keine Ahnung brennt das unendlich? wow weiß es nicht, ich hab das noch gar nicht ausprobiert voll geil, jetzt hab ich hier die Fackel wie zünde ich denn die Fackel an? mit E oder was? L und dann mit dem Link am Austaste also wenn du dein Feuerzeug draußen hast ah, krass das ist voll hell, alter auf jeden Fall hä, was, was wie, wie, wie kombiniere ich die beiden jetzt miteinander? die nächste Mitte quasi von deinem von deinem das ist das ich hab jetzt hier ich hab jetzt hier ein, äh, äh, Tricep hab ich drangelegt aber das bringt mir nichts ne, die Axt rein und einmal Klamotten so, Jini, wir kommen bitte da oben hä, Klamotten, was für Klamotten? wir könnten auch als Ludus durchgehen so wie das für uns nicht ist so wie wir aussehen auf jeden Fall auch, ja so, ab geht die Luzi servus es beide also irgendwie kann ich grad nicht Sachen kombinieren oh, nicht schlecht ah, das ist ja geil ok, der erste ist daum da kommt der zweite du hast auch gerade einen erwischt? der zweite ist auch noch 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 der ist noch eine mehr er ist noch eine mehr er ist hinter dir wow, 13 alter, wie gut du hier aufräumt das ist ja episch super bei mir kann man wie bessere Sachen beobachten hier zum Beispiel Einstein ja, wie krass die Aussehne, ey krass er sich bewegt da bin ich die ganze Zeit um Bamboo ja, hier hockt auch einen mit einer komischen mit einer Lampe auf dem auf dem Rücken was ist denn? was ist denn? geh weg ihr jetzt schlitter Arsch ja, der hier so, kommt abpacken und tschuld alter, ach so, das ist Kältezeichen hier ich friere mir grad den Arsch ab deswegen muss der hin das geht du hast genug Zähne hinter dir steht auch noch einer hinter dir steht auch noch einer jetzt liegt er glaub ich hinter dir steht einer ich weiß, aber der macht nichts so einen Kopf brauchen wir noch au aua Hilfe geh weg der schlägt mich und rennt weg das Arsch auf die Bank oh, auf jeder über die Pfanne der schlägt mich und ist abgehauen der schlägt mich und ist abgehauen du bist so ein Schweinepriester doch oh shit ich mach mir mal was zu essen ey, ich bin tot ich liege auf dem Boden ich liege männlich auf dem Boden rum ich bin grad den Zahn rausgehauen ich komm von hinten da kullert ein Kopf an mir vorbei warum kullert ein Kopf an mir vorbei da ist noch einer du machst Spaß dahinten der flitzt dir die ganze Zeit um den Baum ja eine Runde noch 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 wenn man gut schlafen wollte abend heute das ist pack ihm mal den Baum weg das ist das aufgeweckte Kind Alter ja 23.30 Uhr Zeit für das aufgeweckte Kind erst kleben wir erst erschreckt mir die Schildrunsola keine Schwester und dann kleben wir die Löcher mit Tesafilm zu Baum fällt in welche Richtung in welche Richtung von mir aus nach vorne passt Code-Word Code-Word von mir aus nach vorne hat da grad jemand tot gesagt? cool so also warte mal ähm ich nehme jetzt einfach mal den Schädel ach ne das war falsch ich nehme einfach mal den Schädel in die Mitte kann ich gar nicht ok ich lege die Axt in die Mitte Treset can be used jetzt hängt jetzt hängt dieser äh Treset an diesen komischen Axt und es passiert nix ja es geht auch nicht alles zu kombinieren also ach ich muss ja auch Cloth dann dran machen also jetzt wird auch ein zweites Baumhaus gebaut ja der rennt ja immer noch hier der Spaßvogel ich wollte mal gucken ob man da irgendwie also ich baue hier hinten noch mal eins hin geh weg jetzt an diesem Baum glaub ich weil der die Cloth aufpassen ist das wirklich böse? dann wenn du mich was fragst musst du mir auch zuhören was? Achtung du rühst mich ein Stück Scheiße oder was? ja boah waah waah der rennt ja immer noch nee das hat ja aber gar nix gebracht der rennt ja immer noch ja so ein Schaden aber der hat kein Kopf mehr lass uns das Dynamit lass uns das der hat kein Kopf mehr was das stimmt nicht mit dir hör auf ich hab Angst du musst nicht mehr rennen Rock Lee du musst niemandem was beweisen wie geil ist das denn ey Rock Lee du musst weißt du was großartig ha 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 schönes Ding ich versuche ihn aufzunehmen ha 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 wuhuhu 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 du musst was essen nee setz dich einfach auf die Bank da musst du nicht so viel essen ja mein Magen ist leer achso also wenn er komplett leer ist solltest du was essen also nicht so wie in der Realität genau ich muss auch mal kurz Feuer besuchen einfach alles alles mal dran schmeißen kann ich einfach das einfach da hinstellen und dann Ewigkeiten warten oder ist das grad gemütlich oder ja also du nimmst das aus dem Inventar raus und dann kannst du das mit Y kannst das ins Feuer legen und dann kannst du dich auf die Bank hocken und drauf warten mit deinem Kuchen Zepter ey drei Meter im Arm ja und einer hübscher als der andere ja warten wir mal drauf bis der andere homosexuelle guckt euch diese Spacken ne ist echt unglaublich aber müsste ich wählen zwischen euch beiden ich glaube ich würde dich nehmen Mich? das war so klar das war so klar das war so klar an bestimmten Stellen bestimmt ganz toll äh äh so ich hab ne Talkie Walkie mit Batterien drinnen bam ihr Schweine Stille ja das sag ich jetzt einfach mal nix zu vielleicht ist das besser lass einfach deine Fantasie spielen ne Fantasie da hab ich Tablet entgegen oh wollte ich den oh ne wollte ich stehen lassen ne wenns dann funktioniert ne ich kann die Uhr nicht equippen warum kann ich die Uhr nicht equippen vielleicht wristwatch can be used crafting wenn ich's jetzt äh kombiniere mache steht da unten Explosive ja vielleicht kannst du so ne so ne so ne so ne so ne so ne ich hab ne flair ich hab hier auch dynamit aber es funktioniert nicht ich kann ich kann ich kann die dynamiten nicht als äh zum zum kombinieren drauf machen Moment hab ich noch ne Frage muss man das alles selbst rausfinden oder gucken wir mal einmal auf google alle wie das funktioniert ich möchte das gerne selbst rausfinden ok also wenn wir wirklich nicht mehr weiter dann äh kann man da kann man schon mal nachgucken aber so generell bin ich ja schon dafür dass man das raus selber ausfindet ok find ich gut so warte mal wenn ich die Axt anzünde bleibt dann ewig angezündet oder nur von kurzem also bei mir hat so lange gedauert bis ich den einen Typen geschlagen hab dann ist die Frau wieder ausgegangen nachdem ich von meinem Baumhaus gefallen bin ähm ah nein es sind schon wieder Gegner komm her komm her komm her komm her du brauchst dich nicht drücken ich seh dich der hat zwei Köpfe bam 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 Hilfe nein Hilfe Scheißweib ich bin tot ich rette dich gleich meine wunderschöne Arzt hä und und nein und nein und nein irgendwo haut noch ich bin auch tot alter Ämter ah Johnny boah wie das einfach nur rumbackt ey ich hab da gar keinen Gegner mehr gesehen Johnny Walker du bist mein bester Freund Null nein du darfst doch nicht auf die E drücken brauchen hab ich nicht das ging von alleine hab ich drauf gedrückt wie hier gerade die Stühle aus dem Flugzeug umgeholt sind Kalein wie lange lebst du noch ungefähr ähm ich hab der Held des Totenschädels voll gerade ich bin zu weit weg es tut mir leid das wird's nicht nur ausgehen aber kann man einmal einmal wenn man sich auf die Falle lassen kann einmal vielleicht schaff ich das noch aber heute ist es ja nicht das so ist dass die Ausdauer so schnell weg geht und vor allem ist alles weg meine ganzen meine ganzen Scheißdinger mir ist alles wieder weg deswegen sagte ich nicht sterben ich hab aber nicht auf E gedrückt also ich hab gar nichts gedrückt geht das aber komisch normal aber fast irgendwie so eine Minute Wiesbremse kann man sag mal ähm kann man nicht irgendwie eine Kiste bauen wo man alles deponieren kann oder sowas weil es ist jetzt walkie talkie mit Batterien Flares ich werd die schon wieder nur gehauen das gibt's auch nicht ich bin gleich da ich bin gleich da ich bin gleich da bitte was ist denn das wer haut mich denn hier drei Viertel ist weg wir haben auch drei Viertel ich versuche das schon die ganze Zeit ich bin gleich da oh man steht da neben mir aber nein ah ich werde ich werde ich werde bekummelt nein fass mich nicht an 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 eh tages du White 3 das spielt spackt gerade vorei bei mir nein warum nicht einer warum warum kippt einer direkt von meinen Füßen ja seit oben nein noch ein prozent schon aber mal ganz ehrlich warum lebt diese figur plötzlich das heißt drei tage lang lag diese figur jetzt hier unterbrochen rum die figur die ich jetzt habe jetzt bin ich eine komplett andere figur warum jetzt gerade noch mal mit einem falschen nachgesprungen bist ja stimmt jetzt ist es jetzt so ausgelaufen ich sehe nicht aus dass ich diesen studien mitnehmen der ist bestimmt voll cool leute denkt dann im dorf ist die arzt noch da steht da kann man jetzt gefälligst war dieses arschloch ich habe was gesoffen das dorf kann ich gerade nicht gehen weil das dorf ist auch immer wieder bewohnt scheiß drauf dazu übertun sie nicht doch ich probiere jetzt die pornoachs zu holen hier und da gab es ja auch die pornoachs lokalen torsama schwinge ich jeden abend leute wir wollen sie haben Super, ich habe die Kiste geöffnet, kommt aber nicht ran, weil sie sich umgedreht hat. So, sind sie die Kisten. Ja, kein Respekt mehr heutzutage. Was ist das? Warum liegt hier ein Backstein? Ein Backstein? Ein Backstein? Ist er reingeklimscht oder was? So, ein Schwachsinn. Darf ich so ein Spiel mitnehmen? Das ist mega cool. Ich kritisiere nicht das Spiel. Hinter Frage, das Spiel nicht. Ich kritisiere nicht das Spiel. Also, wir haben mal den eingebauten. So, das Greenpeace würde mich hassen, ich habe Blumen gepflückt. Es gibt es doch nicht, dass wir keine Schlickröhe rumnehmen. Aber normalerweise müsste jetzt auch eigentlich in diesem Flugzeugcockpit alles wieder drin sein, ne? Das weiß ich nicht genau. Ihr stellt Fragen, nicht? Weil, wenn die Axt 30 Millionen mal in dieser Frau steckt, müsst ihr eigentlich auch Sinn haben, ja? So, hier ist Wasser. Das heißt, die gibt es doch bestimmt. Moment mal. Alter, man kann aus dem Wasser trinken. Ehrlich? Ja, voll. Ja, es ist mir. Ich muss erst mal Lizzie wiederholen. Ich habe Lizzie wiederholen. Hi. Oh mein Gott, nein! Handy, hinter uns! Lauf! Handy? Nicht so geil. Handy? Hä, wo ist Handy? Da. Nice. Ganz ehrlich, hier sind haufenweise Seile, wo Beine und sowas dranhängen. Warum können wir die nicht einfach mitnehmen? Nee, das müssen die Sanierungseile sein. Johnny, was machst du denn hier? Ich habe schon eine Seile eingesammelt. Ich möchte nämlich auch gerne einen Bogen haben. Und nicht Medizin, oder was ist das? Ja, ja, Medizin liegt sehr gut. Es tut mir so leid. Alter! What the fuck? What the fuck? Oh, ist das widerlich? Oh, ist das ekelhaft? Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich verstehe, habt ihr das schon gesehen, aber ich habe das noch nicht gesehen. Oh, halt doch mal stehen jetzt. Ich weiß auch nicht, was er hat. Alter! Was ist, Ben? Das sieht aber auch widerlich aus mit der Leiche hier. Ist das ekelhaft? Oh, hier hängt ein Seil. Danke, dass er sein. Alter! Kannst du halt Thumbnail benutzen. Hm, wie war Pinata? Wie war Pinata? Guck mal, die Fleischstähke serviert. Die ganze Wurst hängt da schon raus. Alter, das ist so ein Schwassen. Der Hini geht da schon wieder los. Das hatten wir schon in der ersten Folge. Ja, das stimmt. Ich mache mir eigentlich noch die Kiste. Ekelhaft bist du, Hini. So, willkommen bei unserem Let's Play Together. Unsere erste Folge. Haben nämlich alle nichts mehr. Ist das Schwassen nicht. So, wie sieht es aus im Inventar? Ich habe 30 Dosen Cola. Cool, zwei Seile. Ja, hier ist noch ganz viel Cola, ne? Ja, Cola kann ich nicht mehr aufnehmen. Die droppe ich quasi automatisch wieder an. Da hinten sind noch Koffer und sowas. Ja. Mit Alkohol und Klamotten kannst du den Modell-Torff-Kopf hier bauen. Genau. Das habe ich gerade aufgefunden. Ich kenne mich damit nur selber. Ja, das kenne ich von irgendwie der Neustadtation. Boah, ich habe eine Uhr aufgestopft. Ja, das ist jetzt fertig, habe ich abgeboren, war nicht mehr so mein Fall. Das wird ja auch richtig geil. Das wird ja noch fertig. Was wird noch geil? Ekelhaft isolation. Ich habe das jetzt voll von 50 oder so. Kein Name. Mann, was bist du für eine Pussy? Nenn diese scheiß Cola mit. Bist du bescheuert? Ach, Wetter, guck mal. Ey, guck mal hier. Wer? Keiner von euch. Wo bist du da? Hier liegen so Pakete rum, die kann man aufmachen, da ist Elektronik drin. Ja, ja. Toll. Ja, dann brauchst du doch nicht mehr kommen, wenn du das kennst. Ich kenne doch alles. Da ist doch irgendwo Pakete, da ist das Flachdicht direkt drin. Und das ist wieder praktisch, und dann kann man das sehen. Ach, schau einer an. Ehrlich? Wow. Ey, ich wollte es nur mal gesagt haben. Super. Super. Das hilft ich mal gerne. Ohne dich würde ich jetzt noch weiter existieren. Don, kannst du mal bitte zu mir kommen? Oh Gott, soll ich ihn schon wieder halten? Ja. Komm mal her, komm mal her. Ich hab dich nicht getroffen. Ich will das da haben. Ich hab mir den Stein auch noch geklaut. Wir sind mit. Ich kann es nicht aufmachen. Hier ist eine Kiste, aber ich komme nicht dran. Oh. Oh. Wo ist denn eigentlich unser Zuhause? Da hinten. Da hinten. Da hinten, ja. Das ist... Tahiti, Tahiti. Da ist ein Reh. Verrückt. Lars. Wat? Da hüpft ein Reh. Ich wollte es töten. Da ist einer tot. Wer liegt denn da hinten tot auf dem Boden? Hahaha. Ah. Sollte ich auch mal laut sein. Wie peinlich, wenn das mal eine Arbeitspläne geht. Ähm. Echt? Oh what? Oh what the fuck? Oh what the fuck? Fuck. Nein! Nein! Alles gut. Ich geh da lang. Ihr könnt da lang gehen. Ich geh hier lang. Ich hab'n Punkt. Warum? Henni! Henni, mein Bester. Äh. Henni! Henni, guck mal. Ich hab' Freunde. Henni! Du bist doch der Beste. Henni, komm. Du bist doch der Beste. Du kümmerst dich drum. Tschüss. Hier hinten. Guck mal. Ah, da ist ein Onko. Ein Onko ist da. Der rennt da oben. Ich werde verfolgt von den... Von den Onkos? Hilfe! Ja. Ich auch. Die werfen mich hier gerade raus. Ich weiß nicht warum, aber ich hab das Gefühl, wir sind da nicht sonderlich willkommen. Ne, sind wir nicht. Vor allem haben wir da... Ich hab... Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir sind... Wir sind nicht sonderlich gut in diesem Spiel. Nein, das macht ja ur Spaß. Ich hab' jetzt schon mal einen Bogen. Spaß macht's auf jeden Fall. Ja, man muss halt ein bisschen reinkommen. Das ist doch recht umfangreich. Ja. Ja. Oh, hier geht's. Ich hab' keine Ahnung. Juralimo! Bei mir wird das nämlich nicht lange gezeigt. Aber ich lauf' euch einfach mal hinterher. Ja. JOLO! Warum soll keiner mehr JOLO? Weil die alle tot sind. Was ist das denn hier? Hätte hier jetzt ein aufgespießter Kopf. Alter, diese... Diese Figur steht immer noch hier rum. Wenn ich die eine Figur nicht aufgenommen hätte, würde sie wahrscheinlich immer noch in den Kreis rennen. Ah, ne, das ist eine andere Figur. Alter! Alter! Die hatte orangenen Ohren angehabt. Wieso hatte die orangenen Ohren? Oh. Weg. Alter, was? Was macht denn? Alter, was? Alter, was? Alter, was? Alter, was? Alter, was? Alter, was? Was ist das denn? Guck mal, ich hab'n Pfeil und'n Bogen. Ich weiß es nicht. Guck mal. Nicht mehr lange. Könnt' aber an, wie lange du noch lebst. Kannst du den endlich mal benutzen hier? Wofür?